Vor 20 Uhr geht da nix. Was? Alter, der ist ja richtig im Gönner-Modus. Du spasst. Warum? Jetzt müssen wir eigentlich die Kampfansage machen. Okay, Leute, was glaubt ihr? Glaubt ihr an Ollis Kommentar und sagt, vor 20 Uhr wird nichts? Oder sagt ihr, wir schaffen das vorher? Jetzt mal ohne Flachs. Schreibt's mal in die Stadt rein, jetzt interessiert mich das. Jetzt bin ich heiß. Jetzt bin ich heiß. Es kommt um 20 Uhr. 20 Uhr schaffen wir vorher. Nach 20 Uhr schaffen wir. Es kommt nicht. Das kann ja noch sein, ne? Oh, da ist es! Jawoll! Wir haben's! Shiny Taubsy, Leute! Oh! Let's go! Let's go! Oh, wer hat hier was gesagt? Nicht werfen. Nein. Nein, 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 nein. Okay, doch, du darfst werfen. Okay, ich werfe aber ne Himi-Behre drauf. Oh, wir haben's! Himi! So gut! So gut! Okay, komm. Ich erweise dir die Ehre. Komm ins Spiel rein. Komm hier rein, komm hier rein, komm hier rein. Okay. Ach, lang nicht gesehen, Leute. Fang es. Knopf hier, wenn du drückt halten. Genau. Du musst aus Zielen klicken, genau. Und jetzt helfen. Natur-Talent! Let's go! Alter! Lit! Wir haben noch grad drüber gesprochen. Olli, das ist für dich. Du kleiner Nichtsgönner! Alter, wir wurden entlöst! Wir wurden entlöst! Hier ist noch 35 Hauptsitz, genau. Oh, Leute! Hashtag Shiny Up in den Chat! Alle Hashtag Ehre, danke Olli. Oh, wie gut! Ich bin mir richtig befriedigt gerade, weißt du das? Das ist so extrem. Oh Gott. Oh! Rihorn? Rihorn! Oh, Leute, das ist so gut! Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Daniel Rothaut, fünf Schweizer Franken raus. Vielen Dank! Vielen Dank! So, erstmal dem Team hinzufügen, bevor ich es lösche. Oh, zeigt mir das, Taupsi. Bericht. Was hat das für ein Wesen? Zart. Na, zart ist nicht so gut. Das ist, glaube ich, Verteidigung plus, ne? So, ich hab gehört, das wird auch hier benannt. Das können wir machen. Das können wir machen. Das können wir machen.